Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Präsidentin Becker, liebe Frau Bundesministerin, liebe Kollegin Schüle und liebe Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschafts-Community hier in Deutschland. Ich darf Sie alle ganz herzlich auch quasi länderseitig hier begrüßen. Ich freue mich sehr, dass wir, Frau Becker, gemeinsam zu dieser Feierstunde zusammenkommen können. Ich habe mich zunächst gefragt, die Wahl des Ortes, Tropenparadies, in das Sie uns hier einladen, was wollen Sie uns damit sagen? Und ich gehe davon aus, irgendjemand wird sich schon was dabei gedacht haben. Sind wir reif für die Insel? Ist das alles irgendwie ein Affenzirkus, aber ein paar Affen am Herweg gesehen? Oder ist die Botschaft einfach bei der DFG, es ist immer gutes Wetter? Ich vermute jetzt einfach mal Letzteres, weil Sie natürlich auch wissen, dass Sie sich, wenn es hart auf hart kommt, dann schon auf die Politik verlassen können. Also zunächst mal Feierstunde, das will ich vorneweg sagen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Ministerin hat es gerade schon formuliert, man müsste sie erfinden, wenn es sie nicht schon gäbe. Warum ist das so? Weil es unsere neutrale und vor allem die international sichtbare Visitenkarte des Wissenschaftsstandorts Deutschland ist in Europa, ehrlicherweise auch in der ganzen Welt. Mehr noch, es ist auch die besonnene Stimme unserer Wissenschaftsrepublik, die an ganz vielen Stellen immer wieder gebraucht wird. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie vorangehen bei Themen, die auch nicht einfach sind. Sie haben sich positioniert gegen Antisemitismus, wir haben es gerade schon gehört. Sie haben zu internationalen Dingen Stellung genommen, sehr deutlich Stellung genommen und das in den angemessenen Balance, das ist sehr wichtig. Und das alles führt dazu, dass diese Organisation, meine Damen und Herren, höchste Reputation in Deutschland und darüber hinaus genießt. Ich kann Ihnen das nur in einem Beispiel persönlich schildern, als wir, Frau Becker, in Bonn waren, anlässlich der Sitzung der Exzellenzkommission. Also es gibt wenige Orte, wo ein gestandener Minister oder gestandene Ministerin dann doch mit relativ weichen Knien reingeht. Und das war irgendwie so eine Versammlung, weil du weißt, klar, es geht um viel, aber du weißt vor allem, da sitzt eine unglaublich geballte Expertise und Exzellenz vertreten eben durch. Ich darf Ihnen einfach herzliches Dankeschön sagen für die großartige Arbeit in den letzten Jahren, in der letzten Zeit und beständig für den Wissenschaftsstandort Deutschland. Herziges Dankeschön. Da meine Redezeit nicht länger ist und ich schon Zeit verplempert habe mit den Punkten, die ich unbedingt lobend erwähnen sollte, meine Damen und Herren, Spaß, also habe ich freiwillig gemacht, möchte ich Ihnen drei Gedanken aber mit auf den Weg geben. Das erste Stichwort ist Exzellenz. Klar, was soll es auch anders sein? Frau Bundesministerin, Sie hatten das auch in Ihrer Stichwortliste. Wenn man über die DFG spricht, dann ist Exzellenz eines der entscheidenden Stichworte. Warum? Ich bin der festen Auffassung, Deutschland lebt davon, dass wir auf Exzellenz setzen, wenn es um Wissenschaft und Forschung geht. Es ist unser Differenzierungsmerkmal in der Welt. Wenn wir es nicht exzellent machen würden, dann wären wir halt mittelmäßig und Mittelmäßigkeit, die gibt es erstens gratis in der Regel und zweitens reicht es wahrscheinlich nicht aus, um die Dinge auszugleichen, wo wir halt dann im Wettbewerb uns doch schwer tun, insbesondere auf Seiten der Preise. Ich habe diese Exzellenz aber nur, wenn ich radikal auf Wissenschaftsgeleitetheit setze und dafür, dass Sie sich in völliger Unbestechlichkeit ergehen und sich maximal neutral, aber immer eben Erkenntnis und wissenschaftsgeleitet aufstellen, darf ich Ihnen einfach Danke sagen. Und ich halte es auch für wichtig, bei allen Wünschen, die immer wieder herangetragen werden. Es ist ja noch keine Woche her, dass auch der Eindruck erweckt wurde, dass in Deutschland jetzt gezielt Strukturpolitik mit Wissenschaftspolitik gemacht werden soll. Langfristig sind Investitionen in Wissenschaftsinnovationen immer goldrichtig, aber es sollte nie der Eindruck entstehen, dass das Brä von politischen Wünschen am Ende die Oberhand gewinnt bei der Frage, wo was passiert. 91b ist deswegen auch so ein gutes Verfahren, weil es nie Zweifel daran gibt, dass diese Entscheidungen immer wissenschaftsgeleitet getroffen sind und das soll auch so bleiben. Das Zweite, meine Damen und Herren, der Einsatz, der ist am Ende entscheidend. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wahrscheinlich braucht es noch mehr Einsatz für das, was die DFG vertritt und wofür sie steht. Wir brauchen mehr Geld, da kann es überhaupt keinen Zweifel geben. Die Aussage ist immer richtig und in Zeiten von knappen Kassen bei Bund und Ländern umso anspruchsvoller. Und trotzdem müssen wir bei den anstehenden Diskussionen schauen, dass wir die Punkte richtig setzen. Und so eine Diskussion für Feinschmecker könnte die Diskussion nur die Programmpauschalen sein, liebe Kollegin Schüle. Ich kann nur sagen, ich würde es als schwieriges Signal erachten, wenn der Eindruck entstünde, dass künftig die Programmpauschale aus dem DFG-Etat irgendwie herausgeschnitten werden müsste, aus dem Forschungsetat. Da müssen wir gemeinsam schauen, wie wir da andere Wege finden. Aber es ist jetzt nicht nur der einfache Ruf nach mehr Geld, der, wie gesagt, immer richtig ist. Das ist auch eine Frage von Prioritätensetzung. Es ist auch der Wunsch nach mehr gemeinsam. Und das ist etwas, was ich in den letzten zweieinhalb Jahren vielfach feststellen durfte. Die Zeiten, wo wir so schwimmen in Ressourcen, dass jeder seins machen kann. Mein Lehrstuhl, meine Uni, mein Institut, mein Land, die Zeiten sind irgendwie ein Stück weit vorbei. Und deswegen finde ich das Thema der diesjährigen Versammlung hier so richtig und wichtig, dass man mehr gemeinschaftlich denkt, auch überlegt, wie wir in Europa die Kräfte bündeln können. Wir haben ehrlicherweise in vielen Fällen nur dann eine Chance, wenn wir es gemeinsam machen. Und dazu ist auch notwendig, dass ehrlicherweise auch die verschiedenen Akteure, Universitäten wie außeruniversitäre Einrichtungen auch überlegen, welche Rolle habe ich in diesem System ganz dezidiert. Und der dritte und letzte Punkt, ganz kurz, aber vielleicht auch wichtig. Ich habe in den letzten Jahren viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler absolute Koryphäen getroffen. Und dann gab es immer einen Punkt in den Gesprächen, wo du gemerkt hast, da trübt sich jetzt so der Blick ein bisschen ein. Und das war, wenn sie geklagt haben, wie die Bürokratie, die Mühsal der Ebene auch in der Wissenschaft zuschlägt. Und ich glaube, so eine Entbürokratisierungsoffensive auch in diesem Bereich täte uns tatsächlich mal allen gut. Und das ist jetzt natürlich leicht formuliert und schwierig umgesetzt. Aber zu sagen, man sorgt für etwas mehr Fokus und es braucht vielleicht nicht 18.000, habe ich gerade vorher noch mal gehört, 18.000 Anträge, die jährlich von der DFG begutachtet werden müssen, müssen ja vielleicht nicht 18.000 sein. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir irgendwie ein paar größere Töpfe hinstellen und am Ende sagen, vielleicht kommt auch die Zeit, wo wir mehr an der Grundfinanzierung insgesamt machen müssen, um uns nicht zu Tode zu siegen in einzelnen Wettbewerben, wo am Ende manche sich schon die Frage stellen, ob die Bürokratie, die damit verbunden ist, den Aufwand überhaupt noch rechtfertigt. Meine Damen und Herren, mein kluger Satz zum Schluss. Wissenschaft, die lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann. Das klingt so ein bisschen nach Böckenförde, aber es ist auch in diesen Tagen wichtig zu betonen und auch richtig. Was will ich damit sagen? Sie sind natürlich verdammt darauf angewiesen, dass Sie in der Politik Rückhalt finden für das, was Sie tun und auch die Verlässlichkeit und das Vertrauen bei uns finden, dass wir auf Sie setzen. Und das darf ich Ihnen einfach signalisieren, insbesondere im Vertrauen darauf, dass wir schon recht bald zusammenkommen, nämlich am 12. Juli, liebe Frau Bundesministerin, gemeinsam in der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, wo alle großen Forschungsorganisationen der Republik eingeladen sind, um in die zweite Halbzeit des PFI zu gehen. Und wenn es einen besseren Beweis dafür gäbe, dass wir für Vertrauen und Verlässlichkeit in Deutschland stehen können, dann ist es dieser PFI, der ist eine Erfolgsgeschichte. Wir wollen die gemeinsam verlängern und ich verspreche, Sie dürfen sich auf uns verlassen. Alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.